Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop-Video. Dieses Wochenende ist wieder ein Power-Leveling-Wochenende, das heißt, ihr könnt, wenn ihr euch Samstag oder Sonntag einloggt in Fortnite, könnt ihr einen extremen EP-Bus freischalten, der dann irgendwie bestimmte EP-Anzahl gilt und er hat keine Zeitbegrenzung, soweit ich weiß. Das heißt, auch wenn ihr in einer Woche oder so dann erst vielleicht zu den Spielen kommt, zählt er immer noch und dann könnt ihr eben halt ab dort die einzelnen EP sammeln, die dann eben halt schneller gesammelt werden können. Finde ich ganz cool auf jeden Fall das System und jetzt würde ich sagen, schaut uns den Items-Shop an. Wir haben heute das Skull Trooper-Set wieder drin, einmal mit der Schädelsichel, einmal in der blauen, grün und in der schwarze und weißen Variante. 1200 V-Bucks sind in Ordnung dafür, dann der Sargsegler auch in der grünen und in der blauen Variante. Sieht auch ganz nett aus. Beide finde ich aber eigentlich ein bisschen zu teuer, meiner Meinung nach. Also ein epischer Spitzhack und ein epischer Gleiter ist irgendwie schon ein bisschen teurer. Finde ich, kann man sich lieber mehrere verschiedene Sachen kaufen, als immer so ein teures. Dann gibt es noch das Grinsner Ghoul Backpack, einmal in der Starne und einmal in der schwarzen Variante. Dann gibt es noch den Skull Trooper. Hier werden gar nicht die verschiedenen Stile angezeigt. Und zwar hat der Skull Trooper noch zusätzlich eben halt dieses Jahr neu den umgekehrten Farbenstil bekommen, der ziemlich cool aussieht. Letztes Jahr hat er das grüne Glühen dazu bekommen und der weiße Stil eben halt das ganz klassische. Und wenn er den Skin in Season 1 gekauft hat, bekommt er gratis den pinken Stil noch dazu. Wenn er den Skin kauft, bekommt er ein Challenge-Paket und damit könnt ihr dann auch noch das Geisterportal freischalten. Es ist reaktiv und zwar umso mehr Gegner er eliminiert, desto stärker werden hier irgendwelche Effekte. Dann gibt es als nächstes den Shade Ranger noch. Sieht auch ganz cool aus. Hat auch zwei Stile. Auch wieder ein grün und einen normalen Stil. Allerdings immer kein umgekehrter Farbenstil. Als nächstes haben wir dann Gull Trooper Run. Finde ich ein bisschen teuer für 1500 V-Bucks. Ein relativ standardmäßiges Skin. Unterscheidet sich nun mal nicht wirklich groß von dem Grundskin im Prinzip. Könnte auch genauso gut grün sein. Natürlich hat er zwei Stile und noch ein grünes Backpack. Ist jetzt aber nichts allzu besonderes. Immerhin hat er Brainiac auch zwei Stile. Zwar kein Backpack kostet, aber eben halt auch nur fast die Hälfte. Dementsprechend hätte ich euch auch eher zu Brainiac geraten. Dann haben wir heute etwas ganz besonderes und zwar Hemlock. Mit diesem Skin könnt ihr mit einem integrierten Emote den Stil des Skins während des Matches ändern. Das heißt, wenn ihr in den Match reingeht, zum Beispiel mit dem Standard-Stil hier, dann könnt ihr den Emote ausführen und dann verwandelt sich eben halt der Skin. Das Ganze geht auch wieder zurück. Wird er wahrscheinlich gleich machen. Gut, oder auch nicht. Wir warten nochmal kurz ab. Auf jeden Fall der Skin ist ganz nice. Genau, da war der Rück-Hex-Effekt. Sieht ganz nice aus, auf jeden Fall der Skin. Wie manche, die zwei Stile, natürlich kann man den auch von Anfang an auswählen. Das heißt, man muss nicht das Emote machen. Finde ich aber cool, dass es mal wieder einen neuen integrierten Emote gibt und so etwas, was es ja noch gar nicht gab. Dann gibt es noch die Hexologie-Hacke. Sieht ganz nett aus, ist in Ordnung. Dann der Knochen-Charlie-Skin. Finde ich ziemlich witzig, einfach hier mit dem Skelett, dass man auf der einen Seite sieht und auf der anderen Seite eben mal der komplett normale Charlie, also wenn man den so hier eigentlich sehen würde, könnte man auch denken, es wäre der normale Charlie und dann von der anderen Seite einfach ein komplettes Skelett. Sieht ziemlich witzig aus. Gibt auch in die Realty-Mode und zwar das Knochen-Phon, wo er einfach auf seinen Knochen gespielt. Finde ich ziemlich witzig. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann gibt es noch den Nanteskin. Mir gefallen die Farben wirklich richtig, richtig gut. Leuchtet ja eben halt auch noch im Dunkeln. Es wird hier gar nicht angezeigt. Dann sieht er noch mal cooler aus. Also finde ich, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Auch Rosita. Finde ich super, super cool in den Skin. Kann man sich beide kaufen. Dann gibt es noch fürchterlicher Funk als Emote. Und zombifiziert als Fortbewegungs-Emote. Kann man jetzt hier schwierig eigentlich zeigen, weil man eben halt keinen Platz hat, um sich fortzubewegen. Deshalb kann man das gar nicht so erkennen, wie der sich letztendlich fortbewegt. Dann gibt es heute neu verhext als Lackierung. Finde ich nicht ganz cool. Gibt es deutlich bessere. Und als letztes noch die Sense. War auch jetzt schon in den letzten Tagen relativ häufig im Shop. Allerdings ist es auch eine super coole Spitzhack. Cooler Sound. Sollte man auf jeden Fall haben. Das war es mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Video.